Du denkst wahrscheinlich, dass du schon alles kennst, was iOS 17 zu bieten hat, oder? Okay, dann habe ich hier eine kleine Wette für dich. Ich zeige dir gleich 14 versteckte Funktionen von iOS 17 und du schreibst mir in die Kommentare, wie viele du davon noch nicht kennst. Ich bin mir sicher, die Zahl ist größer als 0. Und falls du doch alle kennen solltest, dann küre ich dich namentlich in einem meiner Community-Posts zum Neumann Digital iPhone Insider. Abgemacht? Dann legen wir los. Um Termine einzutragen, musst du in iOS 17 die Kalender-App gar nicht mehr öffnen. Du kannst deinen Termin auch einfach in die Spotlight-Suche eintippen. Öffne die Suche durch Herunterwischen und tippe zum Beispiel ein Zahnarzt morgen 9 Uhr. Dein iPhone bietet dir nun den entsprechenden Termin direkt an. Du musst nur auf Hinzufügen tippen und dann nochmal hinzufügen, um ihn im Kalender zu speichern. Die schlechte Nachricht, zum Zahnarzt musst du leider trotzdem gehen. Wenn keine Lust, lange Texte auf Webseiten zu lesen, dann lass sie dir einfach von Safari vorlesen. Gehe auf einen Artikel und tippe auf das AA-Symbol links neben der Adresszeile. Wähle dann im Menü Seite anhören. Es ertönt ein kurzes Geräusch und schon liest dir Safari den Beitrag vor. Tippst du auf das Lautsprechersymbol in der Sprechblase, kannst du außerdem das Sprechtempo einstellen, einen Satz erneut vorlesen lassen, das Vorlesen pausieren oder den aktuellen Satz überspringen. Ich habe es ausprobiert und bis auf ein paar kleine Fehler bei der Aussprache und der Tatsache, dass Bildunterschriften ohne Ankündigung einfach mitten im Beitrag auch vorgelesen werden, funktioniert das erstaunlich gut. Eine wirklich gut versteckte Funktion hat Safari noch zu viel. Bisher konntest du mit der Bildschirmfoto-Funktion zwar schon eine komplette Website abspeichern, aber das nur als PDF-Datei. Wenn du eigentlich ein JPEG-Bild davon haben wolltest, musstest du das PDF erst einmal noch konvertieren. Mit iOS 17 kannst du nun auch ohne diesen Umweg ein Bild der ganzen Website abspeichern. Nimm aus Safari heraus ein Bildschirmfoto auf, tippe die Vorschau an und wähle dann hier den Reiter Ganze Seite. Tippe nun auf das Teilen-Symbol und jetzt auf Optionen. In diesem neuen Menü kannst du nun einzelnes Bild wählen und dieses dann entweder direkt versenden oder in deinen Dateien speichern. Und wie du hier siehst, wurde tatsächlich eine JPEG-Datei der gesamten Seite erstellt. Safari zum Dritten. Dich nerven die vielen animierten Bilder, vor allem bei Werbung auf Websites, weil sie dich vom Lesen ablenken und stören? Du kannst nun dafür sorgen, dass sie nicht mehr automatisch abgespielt werden, sondern nur noch dann, wenn du es möchtest. Gehe dazu in den Einstellungen in die Bedienungshilfen, hier auf Bewegung und deaktiviere den Regler Animierte Bilder automatisch wiedergeben. Ich rufe die Seite von eben noch einmal auf und das Werbebild ist nicht mehr animiert. Falls du bei einem Bild die Animation doch abspielen lassen möchtest, hältst du einfach den Finger darauf gedrückt und wählst im Menü ganz unten Animation wiedergeben aus. Die meisten Passwörter sollte man ja für sich behalten. Aber zum Beispiel bei Passwörtern für Streamingdiensten wie Netflix kann es sehr praktisch sein, wenn alle Erwachsenen Familienmitglieder schnell darauf Zugriff haben. Und das geht jetzt ganz einfach, denn du kannst ausgewählte Passwörter aus deiner iCloud Keychain in eine Gruppe mit Familienpasswörtern bewegen. Gehe dazu in den Einstellungen auf Passwörter, dann Passwörter mit der Familie teilen, gib der Gruppe einen Namen und falls du noch keine Familiengruppe hast, dann erstelle sie. Suche dann das oder die Passwörter aus, die mit der Familie geteilt werden sollen, tippe auf Bewegen und entscheide, ob deine Familienmitglieder darüber benachrichtigt werden sollen. Und das ist auch schon alles. Nun hat meine kleine Familie direkten Zugriff auf unser Netflix-Konto und ich werde hoffentlich nicht mehr ständig nach dem Passwort gefragt. Wo wir gerade beim Thema Sicherheit sind. Wenn dir der Schutz deiner Datenkommunikation am Herzen liegt, dann solltest du dir mal CyberGhost VPN ansehen, den Sponsor des heutigen Videos. Denn CyberGhost VPN schützt deine Verbindung mit einer AES 256-Bit-Verschlüsselung, die effektivste aktuell verfügbare Verschlüsselung, die auch vom Militär genutzt wird. Besonders in offenen WLAN-Netzwerken stellst du damit sicher, dass niemand von außen Einblick in deine Daten bekommt. Und das ist noch lange nicht alles. Denn CyberGhost VPN ermöglicht dir auch spielleicht Zugriff auf internationale TV-Programme. Ich kann hier auf den Kanaren zum Beispiel ganz entspannt die ARD-Sportschau sehen. Sowie auf über 40 Streaming-Dienste. Darunter auch solche, für die man sich in Deutschland gar nicht anmelden kann, selbst wenn man das möchte. Dank der über 8000 Server in 91 Ländern kannst du dich dabei immer über eine gute Verbindung freuen. Inzwischen vertrauen schon 38 Millionen Nutzer CyberGhost VPN und es gehört zu den am besten bewerteten VPN-Diensten auf der Plattform Trustpilot. Mit einem einzigen CyberGhost-Konto kannst du bis zu 7 Geräte mit VPN-Schutz ausstatten und das für alle relevanten Betriebssysteme, sogar Linux. Wenn dich das überzeugt, habe ich jetzt ein exklusives Angebot für dich. Mit meinem Link unten in der Beschreibung bekommst du CyberGhost jetzt für umgerechnet nur 2,03 Euro im Monat und du kannst das ohne Risiko testen, denn CyberGhost gibt dir eine 45-Tage-Geld-Zurück-Gamantie. Und der deutschsprachige Kundendienst ist rund um die Uhr erreichbar, falls du Fragen zu deinem Konto hast oder Hilfe bei der Einrichtung brauchst. Also nutze den Link in der Videobeschreibung und hol dir mit CyberGhost Premium VPN-Schutz für zu Hause und unterwegs. In iOS 16 wurden ja die schicken Sperrbildschirme eingeführt, allerdings mit einem kleinen Schönheitsfehler. Du brauchtest dazu immer ein Bild, das vom Format her genau passte. Sonst bekam dein Sperrbildschirm oben oder unten unschöne schwarze Balken verpasst. Mit iOS 17 kannst du nun praktisch jedes Foto verwenden, zum Beispiel auch so ein quadratisches wie hier. Und dein iPhone wird automatisch die fehlende Fläche mit einer passenden Farbe und Unschärfe ausfüllen. So wie hier im oberen Bereich des Bilds, wo ja ohnehin Uhrzeit und das Datum angezeigt werden. Also, vielleicht hast du noch einen Schnappschuss im Querformat aus dem letzten Jahr, der schon lange darauf wartet, dein Sperrbildschirmmotiv zu werden. Apropos Bilder. Beim Heranzoomen von Bildern ist dir bestimmt schon die neue und sehr praktische Zuschneidefunktion aufgefallen. Wenn du den Bildausschnitt veränderst, erscheint oben rechts das Zuschneiden-Symbol und mit einmal kurz Tippen kannst du den aktuellen Ausschnitt des Fotos speichern. Wirklich erstaunlich finde ich aber, dass das auch bei Videos funktioniert. Damit machst du jetzt ohne jegliche zusätzliche App aus einem Querformat-Video wie diesem hier ein Video im O-Format und könntest es dann zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen veröffentlichen. Wo wir gerade in der Fotos-App sind, ich persönlich liebes ja Fotos mit der Portrait-Funktion zu schließen. Damit das fotografierte Objekt noch stärker zur Geltung kommt. Der Rest des Bildes, also alles was nicht im Fokus ist, bekommt eine Unschärfe hinzugerechnet. Der Profi sagt dazu auch geringe Schärfentiefe. Wie stark dieser Effekt ausfällt, kannst du jetzt nachträglich steuern, indem du auf Bearbeiten tippst und den Slider bei Portrait bewegst. Links wird eine offene Blende mit geringer Schärfentiefe simuliert, rechts das Gegenteil. Was aber, wenn du aus gestalterischen Gründen gar nicht das Hauptobjekt im Fokus haben möchtest, sondern zum Beispiel etwas im Hintergrund. Dann kannst du jetzt den Fokus nachträglich ändern, indem du einfach auf die Stelle im Bild tippst, die scharf sein soll. Damit lassen sich einige sehr schöne Effekte erzielen. Und eine letzte Funktion im Medienbereich. Wenn du beim Filmen mit dem iPhone verhindern möchtest, dass deine Kamera den Weißabgleich während der Aufnahme ständig neu berechnet, zum Beispiel wenn du im Video von drinnen nach draußen gehst, kannst du den Weißabgleich jetzt sperren. Dann bleibt der Weißabgleich während der Aufnahme unverändert, sich ändernde Lichtwärme wird nicht mehr ausgeglichen und dadurch deutlich sichtbar. Das kann manchmal genau das sein, was du möchtest, kann aber auch manchmal genau das Gegenteil davon sein, weil dann manche Szenen sehr unnatürlich wirken können. Am besten experimentierst du einmal damit und entscheidest dann, ob du den Weißabgleich zu Aufnahmebeginn sperren möchtest oder nicht. Unter Allgemein und iPhone-Speicher zeigt dir dein iPhone an, welche Apps wie viel Speicherplatz auf deinem Gerät belegen. Mit iOS 17 sind der Liste zwei neue Sortierungskriterien hinzugefügt worden, nämlich Name und letztes Verwendungsdatum. Letztes Verwendungsdatum hilft dir bei der Entscheidung, ob du eine App vielleicht überhaupt nicht mehr brauchst, weil du sie gar nicht nutzt. Einfach ans Ende der Liste scrollen, ein Blick darauf lohnt sich in den meisten Fällen. Und über die Suchleiste kannst du dir nun auch anzeigen lassen, wie viel Speicherplatz Apps von einem einzelnen Anbieter zusammen in Anspruch nehmen. Zum Beispiel alle Apps von Google oder alle Apps von Apple. Gehen wir in die Nachrichten-App. Hier kannst du nun genau wie ein WhatsApp direkt auf eine Nachricht antworten, indem du den Text deines Chatpartners nach rechts zwischst. Der betreffende Text wandert direkt nach unten über deine Antwortzeile und wenn du deine Antwort abschickst, dann werden Ausgangstext und Antwort noch einmal kurz im Zusammenhang angezeigt. Tippst du noch einmal auf den Bildschirm, erscheint der Gesprächsverlauf wieder ganz normal chronologisch und unter dem von dir beantworteten Text erscheint die Verlinkung eine Antwort, auf die du tippen kannst, um dir deine Antwort zu diesem Text noch einmal anzusehen. Und auch bei deinem Antworttext selbst erscheint ein optischer Hinweis, dass du dich damit auf den Beitrag einer anderen Person bezogen hast. Da wir gerade in der Nachrichten-App sind, für mich ist es ja ein Segen, dass wir mit iOS 17 hier bei Sprachnachrichten auch automatisch eine Transkription der gesprochenen Nachricht bekommen. Ich warte immer noch darauf, dass WhatsApp diese Funktion auch anbietet. Aber das bin ja nur ich. Viele von euch hören Sprachnachrichten ja gerne ab und dabei könnt ihr in der Nachrichten-App jetzt auch die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen und kommt damit zumindest schneller durch die gedanklichen Ergüsse eurer Chatpartner. Einfach den Abspielfeil gedrückt halten und aus einer der vier vorgegebenen Geschwindigkeiten wählen. Apropos richtige Geschwindigkeit. Viele Zuschauer haben mir geschrieben, dass sie meine Videos gerne häufiger ansehen oder einzelne Passagen mehrfach zurückspulen, damit sie alle Tipps richtig nachvollziehen und endlich alles aus ihrem iPhone herausholen können. Leider erscheint dabei immer wieder aufs Neue auch YouTube-Werbung, die sie dabei unterbricht und vielleicht auch stört. Um dieses Problem zu beheben, habe ich mir was Neues überlegt. Ab sofort bekommst du mit meinem digitalen Lernpaket nicht nur bebilderte PDFs zu meinen Videos, du bekommst zusätzlich auch die Videos selbst noch einmal zur Verfügung gestellt. Komplett ohne YouTube-Werbeunterbrechungen und das ganz ohne Aufpreis. Mit jeder neuen Veröffentlichung von mir kommt ein neues PDF und Video hinzu, sodass du mit der Zeit ein super Nachschlagewerk für dein iPhone bekommst. Auch für dieses Video packe ich dir einen Bonustipp in das PDF, den ich hier im Video nicht zeige. Besorge dir jetzt mein digitales Lernpaket und hole damit alles aus deinem iPhone oder iPad heraus, für das du ja nicht eben wenig Geld bezahlt hast. Den Link blende ich dir oben ein und du findest ihn auch immer in der Videobeschreibung. Die Mail-App erlaubt es dir jetzt ganz einfach Links in deine E-Mail-Texte einzufügen. Markiere einfach den Text, der verlinkt werden soll und wähle im Kontextmenü Link hinzufügen. Es erscheint ein Feld, in dem du das Linkziel entweder eintippen kannst oder noch besser, du hast die Linkadresse vorher schon kopiert und musst sie jetzt einfach nur noch einfügen. Vielleicht kennst du ja die folgende Situation. Du hast dein iPhone in den Nichtstören-Modus versetzt und dann nicht mehr daran gedacht, ihn auszuschalten. Jetzt bist du wieder in deinem iPhone und merkst erst irgendwann, dass dir deine Freunde die ganze Zeit Nachrichten schreiben, du aber wegen des Nichtstören-Modus keine Mitteilungen dazu bekommst. Damit dir das nicht mehr passiert, kannst du jetzt in den Einstellungen unter Fokus den betreffenden Fokus aussuchen und dann unter Optionen und Mitteilungen stumm schalten, wenn gesperrt auswählt. Die Mitteilungen werden dann in der Zeit, in der du am iPhone bist, vorübergehend nicht mehr unterdrückt. Und zwar so lange, bis das iPhone wieder gesperrt wird. Noch einmal danke an CyberGhost VPN, den Sponsor dieses Videos. Nutze meinen Link und sichere dir jetzt 83% Rabatt auf CyberGhost und zahle damit super günstige 2,03 Euro im Monat für Premium-VPN-Schutz auf bis zu 7 Geräten. Und jetzt zurück zu dir. Wie viele der 14 Funktionen kanntest du noch nicht? Schreib's mir und schreib mir unbedingt auch dann, wenn du sie alle schon kanntest. Ich halte mein Versprechen und ehre dich in einem der nächsten Community-Posts. Und für die, die noch nicht alles wissen, im Video neben mir zeige ich dir 6 iOS 17 Kurzbefehle, die man ebenfalls nicht so leicht findet, obwohl sie total nützlich sein können. Klicke darauf, damit wir uns gleich dort wiedersehen.